Du hast mir erklärt, dass das, was ich im analoge mache, du im Durchdruck mit einer Grafik machst. Und das war ein Magic Moment. Und das Geile ist, der Moment, wo du mir das gesehen hast, da war ich gerade, kriege ich überhaupt das Mischpult zum Kaufen? Ich habe keinen Mietvertrag, aber er hat mir doch die Handschlagsqualität gegeben. Soll ich jetzt noch mal einen Mitarbeiter her tun? Ich sollte eigentlich das gerade fertig bringen. Und der Philipp kommt rein. Und ich denke immer, das sind die Momente. Es gibt nicht den perfekten Moment, um ein Haus zu bauen, um heiraten, um ein Kind zu machen. Es gibt nicht den perfekten Moment, um eine neue Kooperation zu eingehen. Es gibt nur den Moment. Und das war so schön, als du da reinkommst. Und der ist mir einfach geblieben. Das ist ein Moment, den ich nie wirklich vergessen werde. Und ich bin dankbar für diesen Moment. Und ich bin dir dankbar. Und ich bin dir dankbar. Es ist nämlich brutal. Es ist eine ganz geile Zusammenarbeit. Und du weißt, viel geredet und viel tun. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Es materialisiert sich erst mit der Idee und mit der gemeinsamen Liebe zu dem und zu der Musik. Das ist unbezahlbar. Es ist wunderschön. Ich glaube, ich bin mir fügt. Und jetzt geht's mit dem Fügel. Ja. Ja. Das ist aber wichtig. Saja. Und du hast auch noch einen anderen Job gemacht. Und du bist aber, was du,ićst? Was ich nicht? Du bist bist so ein Geister. Und du bist? Und du bist du bist. Und du bist, ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020